Moin! Ja, heute mal ein kurzes Statement zu diesen ganzen Clown-Attacken, die jetzt im Moment auch in Deutschland vonstatten gehen, wo ich mich frage, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Erschrecken an sich finde ich total lustig, sage ich ganz ehrlich. Also so im Dunkeln mal Buh machen, habe ich jetzt persönlich kein Problem damit, aber wenn es dann so weit geht, dass Leute wirklich im Dunkeln richtig attackiert werden, ja, also wir reden hier von Baseballschlägern und was weiß ich nicht und dann diese Gruselmasken dazu, dann finde ich das überhaupt nicht mehr witzig. Und dann die Vorstellung, dass du irgendwie mit Kindern unterwegs bist und die wirklich richtig Angst haben, also nicht nur sich erklären, okay, da steckt da einer unter der Maske, ich stelle mir gerade vor, wie ich zwei Wochen versuche, denen irgendwie das Einschlafen wieder zu erleichtern, nicht lustig. Ich habe mit meiner Kontaktbeamtin mal telefoniert, so heißt das ja bei der Polizei, wir haben da wirklich eine sehr, sehr nette, und die sagt zu mir, wenn sowas passiert, auf jeden Fall die Polizei rufen, die würden direkt vorbeikommen und gucken, ob sie denjenigen irgendwie noch antreffen, Personalien aufnehmen und so weiter. Und selbst wenn nicht, dann fahren sie eben eine Runde mal mehr dort Streife und können vielleicht jemanden aufgreifen. Ich kann euch nur raten, macht diesen bescheuerten Trend nicht mit, auch wenn ihr es vielleicht irgendwie auch nur ansatzweise lustig findet, ja, haltet euch dann irgendwie von fern. Und wenn euch sowas begegnet, sagt der Polizei Bescheid, damit wir das Thema dann auch hoffentlich bald Adapter legen können.